Spinnen ist schon wieder Hm, leider geh ich jetzt nicht weiter, keine Lust zu Ich kotzen könnte immer wieder Ne, das brauch ich auch nicht, das ist ja jetzt schon Schnee von gestern Spinnen Spinnen kann hoffentlich nicht tauchen Ne, kommt nicht mehr hier raus Musik finde ich schlecht So Vielleicht kann ich nicht hier mal ein bisschen unschauen, vielleicht gibt es hier noch etwas Und was geht das Diese blöde Falle abzubauen, das ist ganz praktisch Ah Ist von beiden Seiten gesichert, diese Scheiße Gibt es hier irgendwelche Gegner, irgendwelche interessanten Jetzt brauche ich die Axt Das sind doch glaube ich auch nur Ähm Pilze Leuchtpilze hier, ich weiß gar nicht wozu ich die noch brauche Irgendwas war mit denen War auch dieses War daraus dieses Schroomsmite Herz Gebaut Oder so, ich weiß gar nicht was ich dazu brauche Fehlt so eine Presse oder so Ich weiß auch nicht, ob ich die schon mal gefunden habe Ich grabe mich mal Oh, da geht es weiter Ich bin mir sicher, dass das äh Kein richtiger Schatz sein kann Weil der schon da so groß rum steht Der 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 was passt da schön nicht alles was glänzt ist auch aus gold oder so jetzt legt mich doch am arsch junge mann alter irgendwie sowas ich weiß noch in der ausbildung haben wir immer blöd rumgealpert das war lustig ich glaube jeder macht seine ausbildung blödsinn wer mit anderen ich wollte noch ausweichen wo das ding auf einmal schneller durchdenken wir waren ja so eine ganze gruppe von auszubildenden ich die gleich tot ich weiß gar nicht ob ich hier zurück finde das blöd wenn ich jetzt sterbe oh god nein können wir mal quer am arsch kratzen das heben hier oben vielleicht nehme ich nachher noch ein let's play auf dann habe ich wieder vier sachen laufen wieder auf hier doch dann hätte ich vier sachen am laufen nach donkey kong ihr werdet sehen beziehungsweise vielleicht seht ihr es gerade ja klar ich nehme mir gerade folgendes für nächste woche also für woche keine ahnung welche woche das ist die nach dem elften also ab zwölften nicht wollte ich ab zwölften auch erst richtig wieder anfangen mit let's place hab ich aber jetzt schon am achten angefangen ne gar nicht wahr ich hab die woche davor schon angefangen klein mit ein bisschen lefadette mit dem black free also jetzt vor paar Tagen ja leck mich am arsch alde ich hab keine fackeln mehr warum hab ich keine fackeln warum hab ich kein holz mehr ich brauch nur ein bisschen licht ich zumindest hier sehe was hier ist da ist ein roter käfer ja ich bin ja die 2 von selbst gestorben so mal gucken geht es immer noch weiter andere Gegner hier weiter links durchbrunnen wo ich vielleicht auch was sehe ich sub gleich ab ich sollte so einen Stab hinschmeißen um mich hier beeilen durchzukommen ich freue mich aber auch ich bin jetzt weiter mit diesem Scheiß nein, jetzt leck mich doch am Arsch ich habe es im Moment mit dem leck mich doch am Arsch mir sogar einen Song in meinem Kopf ausgedacht wo der Text eigentlich die ganze Zeit geht von leck mich doch am Arsch im Ernst, ich sollte zurück gehen das Flucht hat nicht gewirkt natürlich nicht wurde in der Hälfte zerrissen oder sowas? ich habe keine Ahnung ist doch doof alles nur weil ich keine Fackeln mehr habe wo habe ich mein Holz schon wieder gelassen das suche ich mir gleich raus habe ich überhaupt gerade irgendwas an Adamantik gesammelt die letzten 20 Minuten das war es nicht ich suche etwas anderes das war es nicht ich versuche es nicht das war es nicht da war ich schon hier an jeder kiste hab da versucht, was reinzutun weil für die Pilze finde ich noch gar keinen Platz dann soll ich mal schauen, was ich mit denen anfangen kann hallo schon wieder was ist denn da ist dieses Schwimmheit ach, das mache ich aus den beiden aus diesem und dem da gut, dann brauche ich aber immer noch Adamantit im Moment gibt es einen Endgegner oder so ich weiß nicht genau, ob das ein Gegner oder ein Endgegner ist der hat 400 Energie ich bin mir nicht sicher den werde ich mir vielleicht gleich mal anschauen jetzt tue ich das Schwimmel alles in dieselbe Kiste oder was das ist auf Deutsch heißt er oder glaube ich Lindwurm oder so den finde ich soweit ich weiß im Himmel ach, das brauche ich alles gar nicht in der Tasche ich brauche Holz verdammt Holz ich suche mein Holz wo habe ich denn mein Holz gelassen jetzt die Geschmacken werden mal rausgetan aus Versehen ich hatte mir doch extra Holz mitgenommen, damit ich das nicht rauslegen tue das ist gut ich habe das normales Holz geholt das ist gut ich habe das normales Holz geholt vom Arsch alle hole ich mir irgendwo anders Holz vielleicht da auf der ne in der Richtung aber nicht vor meinem Haus so ein Holz zum Beispiel Hallo Pinguin ich brauche mal ich brauche es mal meine meine hame Axt was ist denn das für ein hohohohohoho hohohoho Holz Ey du, scheiß Wolfi. Skippet gleich. Der Arsch mit Ohren. Dreckswolf. Ach scheiße, das ist mein Haus. Du auch noch. Ich geh mit auf die Fresse. So, Aldi. Ich muss mich die Gegner so aufregen. Boreal. Boreal. Was ist diese Holzart? Fällt mir gerade zum ersten Mal auf, oder? Was? Weapon-Wreck? Weapon-Wreck? Werkzeugs-Gedöns. Zeig mal her hier. Aber dieses hier interessiert mich jetzt. Hier, komm da. Gut. Also das interessiert mich ja jetzt eben ganz doll. Wat-Find-Ding? Und solche Dingers mit, äh, für Waffen? Ja. 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 Ja.